Zeitmanagement wird in unserer Zeit immer wichtiger. Es ist dir nicht möglich, die Zeit anzuhalten oder gar abzuspeichern. Oft genug wirst du besonders in deinem Arbeitsalltag feststellen, dass der Tag bereits vorbei ist, du bei weitem aber nicht das geschafft hast, was du dir vorgenommen hast. Und genau mit diesem Thema beschäftigen wir uns heute. Zeitmanagement. Willkommen auf dem Kanal von Selfdesk. Mein Name ist Martin. Lass uns loslegen. Zeitmanagement. Das bedeutet, dass du mit Systemen an deine Arbeit heran musst. Deshalb kannst du auch sagen, dass Zeitmanagement ein strukturierter und gut durchdachter Umgang mit deiner zur Verfügung stehenden Zeit bedeutet. Zeitmanagement stellt für dich immer eine Art von Hilfestellung dar. Die es dir ermöglichen, in einem definierten Zeitfenster bestimmte Aufgaben zu erledigen. Für dich ist es wichtig, dass du, um diese definierte Zeit auch optimal zu nutzen, deine Arbeitsweise genau strukturierst. Im Optimalfall planst du diese Zeit so ein, dass du nicht ständig nach deiner Zeit schaust, welche dir noch bleibt. Ist dies der Fall, dann stellt dies für dich schon ein großes Problem dar, welches schlechtes Zeitmanagement mit sich bringt. Das bringt Stress, Krisen und Spannungen mit sich und führt zu einer erhöhten Fehlerquote. Warum gibt es das Problem mit der Selbstorganisation? Meistens beginnen die Probleme mit der Selbstorganisation dann, wenn du Probleme von anderen lösen willst. Unter Selbstorganisation aber musst du verstehen, zunächst einmal deine eigenen Probleme zu lösen. Konkret bedeutet das für dich, dass du die Zeitfeinde in deinem Arbeitsalltag erkennen musst und diesen den Kampf ansagen musst. Dies führt zwangsläufig dazu, dass dir deine Aufgaben und Arbeiten mit der Zeit buchstäblich über den Kopf wachsen und dir deine zur Verfügung stehende Zeit einfach nicht mehr ausreicht. Um überhaupt eine Selbstorganisation leben zu können, braucht es in deinem Unternehmen bzw. deinem Arbeitsumfeld ein paar grundlegende Voraussetzungen. Schaffe für alle Seiten Regeln und Strukturen. Die Führung eines Unternehmens muss jedem Mitarbeiter Werte und Ziele des Unternehmens vermitteln. Schaffe Transparenz, fördere die Kommunikation und den Teamgeist. Gib dir und deinen Mitarbeitern eine klare Richtung vor und ein klares Ziel vor. Ein ständiges Feedback ist damit unerlässlich. Was ist mein Mehrwert von gutem Zeitmanagement? Mit einem guten Zeitmanagement kannst du vieles erreichen. Du kannst deine Ziele verfolgen, vermeidest Fehlerquoten und unnötigen Stress. Das wiederum fördert deine Gesundheit und du kannst dir durch gutes Zeitmanagement mehr Freiräume schaffen. Überdies kannst du mit einem guten Zeitmanagement deine wichtigen Aufgaben als Unternehmer besser und vor allem richtig priorisieren. Was nicht so wichtig ist, kann durchaus später erledigt werden. Du hast auf jeden Fall den Mehrwert bei einem guten Zeitmanagement, dass du mit einem guten Gefühl, alles Wichtige erledigt zu haben, in deinen Feierabend starten kannst. In welchen Bereichen in meinem Leben ist ein gutes Zeitmanagement besonders wichtig? Das gute Zeitmanagement hilft dir in allen Lebenslagen und bringt dir auf jeden Fall mehr Lebensqualität. Dieses Zeitmanagement ist vor allem deshalb so wichtig für dich, weil die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben immer mehr verschwimmen. Ständig solltest du erreichbar sein und vor allem als Unternehmer geht dein Tag viel zu schnell vorbei. Gerade deshalb ist es so wichtig für dich, dass du deine Aufgaben gut organisierst und mit deiner vorhandenen Zeit gut umgehst. Eines muss dir klar sein. Wenn du kein gutes Zeitmanagement schaffst, dann kommst du ganz schnell in eine gefährliche Spirale und kommst da auch nicht mehr so schnell raus. Zeitmanagement ist ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Unternehmers, genauso wie eine ordnungsgemäße Buchführung. Mit unserer Buchhaltungssoftware Safdesk erstellst und verschickst du ganz einfach mit wenigen Klicks Rechnungen und Angebote und hast auch die Möglichkeit, alle deine Belege an einem Ort zu sichern. Rechnungen und Belege werden entweder per Drag & Drop direkt bei Safdesk hochgeladen oder ganz einfach mit deinem Smartphone gescannt. Im Dashboard hast du eine super Übersicht über all deine Einnahmen und Ausgaben und Safdesk bietet dir sogar die Möglichkeit, alle deine Daten super einfach an deinen Steuerberater weiterzuleiten. Mach es dir einfach und testo Safdesk 14 Tage kostenlos. Den Link zur Software findest du entweder hier oben oder in der Videobeschreibung. Zeitmanagement kannst du durchaus lernen. Es ist kein Hexenwerk. Deshalb für dich ein paar Tipps und Tricks, wie du ein gutes, effektives Zeitmanagement schaffen kannst. Tipp 1. Setze dir richtige Prioritäten. Tipp 2. Teile besonders große Aufgaben in mehrere kleine Aufgaben. Tipp 3. Lasse dich nicht von deiner Arbeit ablenken. Tipp 4. Vergiss nicht, dass du regelmäßig auch Pausen machst. Tipp 5. Warte nicht auf deine Aufgaben, sondern plane auch mal im Voraus. Tipp 6. Nutze die Regel 40, 30, 20, 10. Tipp 7. Bleib immer mit deinen Arbeitszielen realistisch. Nehmen wir aus diesen Tipps und Tricks mal ein konkretes Beispiel und schauen uns die 40, 30, 20, 10 Regel genauer an. Was bedeutet diese Regel konkret? 40% deiner zur Verfügung stehenden Zeit widmest du deinen wichtigsten Aufgaben. 30% deiner Zeit planst du für alle Aufgaben, die du mit einer Priorität 2 eingestuft hast. 20% sind folglich deine Aufgaben mit der nächsten niedrigen Priorität. Die restlichen 10% deiner zur Verfügung stehenden Zeit widmest du dann allen anderen restlichen Aufgaben. Ein weiteres Beispiel ist, dass du dich nicht von deiner Arbeit ablenken lässt. Wir alle kennen das nur zu gut. Du sitzt am PC und arbeitest intensiv und konzentriert an deiner wichtigsten Aufgabe. Doch ständig poppt eine neue Nachricht bei WhatsApp auf. Eine Mail geht ein oder ein Bekannter versucht, sich telefonisch zu erreichen. All dies sorgt dafür, dass du von deiner Arbeit abgelenkt und abgehalten wirst, der Zeitdruck immer größer wird und damit auch die Fehlanfälligkeit immer größer wird. Am Ende des Tages hast du dann das Ergebnis, dass du nur einen Bruchteil deiner Aufgaben erledigt hast. Und genau diese sogenannten Zeitdiebe musst du abstellen und verhindern. Fazit Zeitmanagement stellt für dich einen wichtigen Soft-Skill dar. Du kannst das Zeitmanagement für alle Bereiche in deinem Leben anwenden. Es spielt keine Rolle, ob dies beruflich ist oder es im privaten Bereich angewendet wird. Schaffst du es zu lernen, deine Aufgaben besser zu priorisieren und strukturiert zu arbeiten, ergeben sich daraus viele, viele Vorteile. Deine Arbeit wird deutlich produktiver und entspannter. Du schaffst dir benötigte Freiräume und verbesserst damit auch deine Work-Life-Balance. In Summe kann das aus dir einen glücklicheren Menschen machen. Und wenn du dich für Themen wie diese rund um die Selbstständigkeit interessierst, dann vergiss nicht, uns ein Like da zu lassen, diesen Kanal zu abonnieren. Schau mal hier bei unseren anderen Videos vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.